so grüßt euch leute zum neuen video das video ist der zweite teil sozusagen vom letzten regulären zocker video war am selben tag ich glaube sogar selber hatte auf jeden fall hier 20 von mir und ja 25 hier noch in 15 habe ich geschenke kriegt okay die kommen da jetzt rein was ich noch sagen möchte ist ich habe mir das video jetzt beim bearbeiten auch so ein bisschen angeguckt natürlich musste ja und sieht natürlich schön aus und wow geil man gewinnt und drückt nur auf ein paar tasten aber leute ich weiß noch ganz genau damals wo ich das gekriegt habe habe ich genauso viel geld schon in diesem monat verballert und das waren glaube ich 1,5 oder 1,6 ich hatte einen minimalen gewinn von 30 40 50 euro muss es auch 100 sein keine ahnung nicht arg viel glaubt mir das lohnt sich nicht und sowas kriegt man nicht oft und vor allem das ist jetzt so schlimm geworden ich sag's euch man kriegt gar nichts mehr es gibt ich hab von ein paar leuten gehört die sich sperren lassen wollen die echt krasse zocker waren die einfach gesagt haben ich hab keinen bock mehr auf die scheiße ich kann es euch auch nur empfehlen geht da nicht hin wer einmal am wochenende mit dem 20 hingeht okay aber ich wüsste auch dass man mit dem geld was besseres anfangen kann ansonsten wisst ihr selber sind gerade turbulente zeiten und ich denke es wäre doch sehr sinnvoll gerade sich um andere dinge zu kümmern ein bisschen vorsorge zu betreiben und so weiter also macht's gut bleibt standhaft und nicht in die helle gehen und wer es nicht lassen kann der soll natürlich gehen viel spaß mit dem video tschau das macht's mir hier rein oder gleich hier und hier komm schon komm schon komm schon Das war's. Ah, er hat noch eins dran. Da ist ja der Automat mit den vier Schwertern, 50 Cent, ein ziemlich was runter gesaugt, hab weiter gespielt, nach der Pause 40 rein, 50, hat mir grad eh wieder über 150 Euro mit 50 Cent gezeigt, ganze Zeit Schwerte, ganze Zeit Viererbilder, Fündor von den Händen und von den Dingern, hab gesagt, jetzt muss ich einen Auro probieren, ist da reingegangen, aber das sieht echt schlecht aus, na, das sieht echt Mist, das sieht nicht gut aus, ne, einspielen fürs 2, wegen der Schwert, ok, nochmal 3, ja immer auf volle Linien hat er auch reingehauen ohne Ende, ja, was geht ab, ne, schlägt nicht, ne, der große ist das Schwert, wenn man Herrloin einspielen, keine Ahnung, was wir, glaub ich wechseln, mal gucken, ich merke mich, als was kommt, bis nachher, so, bis auf 2 Euro gespielt, kaum ich hab noch nichts, ich hab noch runtergestellt auf 80, und V-Runden, vielleicht nicht viel, kaum, so, bin ich ja länger weg, ja, und, und, ah, ok, knapp, 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 da hat schon zu gut gezahlt, 2.50 Euro, 50 Cent Ich brauche die Verlängerung sonst gedankst Ich habe jetzt die Verlängerung von hier und nicht nur wirklich die Verlängerung von hier und die Verlängerung von hier Und zwar hier. Was ein krasses Bild, alter Schwede, 2x Dreckling, 2x 5x Kündige, Hammer, 600 Wow 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 Heftig Jetzt noch mal 4 Noch mal 5 Noch mal 100 Alter Was ist das? Was ist das? Heftig Heftig Oh Mann So was krasses Das gibt nichts mehr Noch nie gesehen Noch nie Das gibt jetzt nichts mehr, das ist klar Das ist Hat schon so viel gezeigt Boah Heftig Oh Oh Komm mal Oh Oh No Gold Jetzt Gold Heftig 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 Ich muss eigentlich Gold nehmen Nein Ein Zwei Drei Mal Drei Mal Drei Mal Drei Mal Vier Mal Fünf Mal Drei Mal Drei Mal Drei Mal Drei Mal Drei Mal Ocht Mal Acht Mal Acht Mal Acht Mal Neun Mal Zehn Mal 11x 12x 13x 14x 15x 16x 17x 18x 19x 20x 1000 20x 21x stop was 20x 22x 23x 24x 25x Das reicht jetzt Schön war's, alles raus Musik 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 Musik